Serena und Jennifer aus Berlin fragen, woher nehmen sie eigentlich die Kraft, all dieser Verantwortung standzuhalten und eine starke Persönlichkeit zu sein? Und rollen durch die Stadt, so'n Mensch hat's gut, ich aber hab' das Affenleben hier satt. Oh, du wie du, ich wäre gern wie du, ich möchte gehen wie du, stehen wie du, du wirst schon sehen, ein Affe kann, 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 sei wie ein Mann, so ein Mann wie du. Untertitelung des ZDF für funk, 2017